Ihr Lieben, ich bin hier mit Caro und Caro ist Notfallärztin und erzähl mir doch mal bitte wie dein Alltag so aussieht Caro. Ja, ich arbeite in der Notaufnahme, ich arbeite im Rettungsdienst. Mein Alltag ist schnelllebig, geprägt von schnellen Entscheidungen und ich finde es großartig. Ja, ich glaube dafür muss man geboren sein oder da muss man der richtige Typ zu sein. Aber Caro sag mal, was ich mich jetzt frage, wenn du in Urlaub fährst, kommst du eigentlich noch runter? Ich würde sagen ja, mein Mann würde sagen nein. Ich liebe meinen Job so sehr, dass ich mich da auch im Urlaub gerne mit befasse, aber in der Regel ist es schon so, dass ich auch versuche mal abzuschalten und da habe ich zwei wunderbare Kinder und die helfen mir gut dabei. Aber die halten dich auch auf Trab, oder? Die halten mich auch auf Trab, ja, aber das ist ja auch normal. Und schön vor allem. Sag mal, du musst ja in diesem Bereich Teamplayer sein. Wie siehst du, wie siehst du das, das Miteinander arbeiten, wie wichtig ist dir das auch und wie siehst du die Wertigkeit der Menschen und ihre Tätigkeiten? Also gerade der Bereich der Notfallmedizin und das ist egal, ob man in der Notaufnahme arbeitet oder im Rettungsdienst, das ist ein Teamplayer, es ist eine Aufgabe eines Teams, das kann man nur im Team bewältigen. Wir alle haben unterschiedliche Aufgaben und es ist aber nicht so, dass eine Aufgabe unwichtiger ist als die andere, sondern jeder ist in seinem Bereich am besten geschult, kann das am besten und der Patient profitiert eben davon, indem wir alle zusammenarbeiten und keiner wichtiger ist als der andere. Tolles Stichwort, keiner wichtiger ist als der andere und es auch nur im Team funktioniert. Du hast ja bestimmt schon ganz viele emotionale Einsätze gehabt und die auch für dich nicht ganz einfach waren. Kannst du mir mal sagen, was dich am meisten berührt hat? Also in unserem Bereich ist man ständig emotional berührt und man darf auch nicht vergessen, dass man natürlich mal mit Schicksalen in Verbindung kommt und das ist eben genau das, weswegen das vielleicht nicht für jeden was ist. Aber sicherlich haben wir alle gerade im Rettungsdienst unsere Einsätze gehabt, die uns prägen. Da würde jeder was von erzählen können, der im Rettungsdienst arbeitet, egal ob Arzt oder nicht Arzt. Und mein persönlicher war eben der Tod eines Feuerwehrkollegen, der im Einsatz verstorben ist und wo ich dann als Notärztin vor Ort war. Das ist natürlich immer furchtbar. Caro, jeder hat ja seine eigene Art mit solchen Sachen umzugehen und die zu verarbeiten. Wie bist du damit umgegangen oder was hat dir dabei geholfen? Also auch Helfer brauchen Hilfe und es ist auch keine Schwäche, das zu sagen und es ist auch keine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Und ich habe mich da sehr gut aufgefangen gefühlt, einmal von dem Team selber, was da vor Ort war, also von der Wachabteilung. Und dann habe ich mir auch psychologische Hilfe gesucht, weil man muss sowas verarbeiten, sonst manifestiert sich das und das möchte man ja nicht, weil ich möchte meinen Beruf noch lange ausüben, weil ich ihn gerne mache. Aber man kann nicht alles abwischen und so tun, als berührt einen das nicht. Das geht nicht. Da hast du recht. Und dir und natürlich allen deiner Branche, die natürlich jeden Tag Leben retten, herzlichen Dank dafür und ja, auf dass du noch ganz viele Leben rettest. Vielen Dank, Caro. Sehr gerne.